Die Momentum-Highlights stehen wieder auf der Agenda zum Monatsabschluss vom März und gleichzeitig auch Quartalsabschluss. Was hat sich da getan? Konnte denn erneut die Aktien aus dem KI-Sektor, aus der Nasdaq, den Index selbst outperformen? Das erfahren wir direkt nach dem Intro zusammen mit dem Roland Jägen. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, die Idee von den Momentum-Aktien ist natürlich, die rauszufiltern, die noch mehr Momentum als der Gesamtmarkt entwickeln. Umso gespannter bin ich, ob das auch diesmal wieder gelungen ist. Ja, in der Tat hatten wir wieder einen sehr guten Monat, sowohl in der KI-Box als auch hier bei den Nasdaq 100 Outperformern, wie man sie nennen könnte. Wir haben neue Allzeithuels hier ausgebildet in beiden Stockboxen und die Zahlen schauen wir uns gleich im Detail etwas näher an. Ja, das klingt gut und vielleicht geben wir auch noch mal ein paar Hinweise mit, worum es überhaupt geht bei den Momentum-Aktien und du hast das natürlich alles sehr übersichtlich vorbereitet. Genau, da können wir gleich hier starten entsprechend mit der Präsentation und dann gehen wir auch gleich noch in den Chart und schauen uns die einzelnen Aktien etwas genauer an, auch auf Basis von charttechnischen Gesichtspunkten. Ja, das Konzept der Momentum-Aktien ist nicht neu. Dafür hat der bekannte Eugene Farmer auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Das ist schon etwas mehr als zehn Jahre her entsprechend. Und was hat er herausgefunden? Also er hat Marktanomalien entsprechend detailliert, wissenschaftlich analysiert und dann hat er herausgefunden, dass die Aktien, die schon in der Vergangenheit, also in den vergangenen Wochen, Monaten stark performt haben, tendenziell weiter steigen. Und dass die Aktien, die Schwäche gezeigt haben, auch kontinuierlich in der Regel weitere Schwäche, zumindest in der näheren Zukunft, zeigen. Und ja, investiert wird hier in die stärksten Outperformer eines Indexes und Schwächere werden demzufolge kontinuierlich entsprechend ersetzt. Und die Schlussfolgerung, die der Herr Eugene Farmer dann auch hier links im Bild getroffen hat, war so ein bisschen gegen die eigene Intuition, weil viele Investoren versuchen ja immer möglichst günstig einzusteigen, Aktien, die gefallen haben, dann tendenziell eher zu kaufen. Und wenn sie einen gewissen Prozentsatz zugelegt haben, dann zu verkaufen. Und ja, die Schlussfolgerung, die er getroffen hat, ist eine etwas andere, weil in der Regel steigt man schon relativ hoch ein bei den Momentum-Aktien, weil die haben schon in einem gewissen Zeitraum schon eine ordentliche Performance hingelegt. Und die werden dann auch in naher Zukunft weiter entsprechend stark performen. Das hat er zumindest herausgefunden. Und ja, das geht so ein bisschen gegen die Intuition, die viele Investoren und Trader hier entsprechend haben. Und ja, schauen wir uns jetzt die Boxen hier etwas näher an. Die Nasdaq 100-Box besteht wie immer aus acht Aktien. Vier wurden in diesem Monat ersetzt. Und zwar sind jetzt folgende acht enthalten. Die NVIDIA ist wieder mit dabei. Constellation Energy, DoorDash, Micron Technology. Die Meta-Plattforms ist dabei, ASML, Diamondback Energy und Applied Materials. Die Performance im März liegt bei 1,87 Prozent. Und insgesamt, seit wir diese Box hier aufgelegt haben, das war schon im November 2016, liegt die Box bei 297 Prozent entsprechend. Hier sieht man auch entsprechend den Chart einmal. Also die Allzeithochs, die die Box jetzt kürzlich ausgebildet hat, knapp 290 Prozent plus stehen hier entsprechend zu Buche. Und dann gehen wir auch gleich über zu der zweiten Box. Die haben wir noch nicht ganz so lange. Das ist die KI-Box, also acht Aktien aus dem Sektor der künstlichen Intelligenz entsprechend. Und die haben auch wieder positiv performt. Ich glaube, es war jetzt sogar der fünfte positive Monat in Folge. Wir hatten nur einen negativen, seit wir die Box hier im Oktober 2023 aufgelegt haben. Insgesamt stehen knapp 39 Prozent zu Buche seitdem. Und hier ist auch ein NVIDIA mit dabei. Eine T-Net Healthcare ist ebenfalls mit dabei. Wie im letzten Monat auch eine Meta-Plattforms. Nur zwei Aktien wurden entsprechend ersetzt. Und die erste Neue ist die Davita. Die zweite Neue ist die Kemper Corporation. Und die Nutanix und ASML, genauso wie CrowdStrike, sind auch alte Bekannte, die wir hier schon das ein oder andere Mal näher analysiert haben. Und hier sieht man auch die Performance. Also hier auch ein neues Allzeithoch entsprechend, dass die Aktie diese Box auf Basis der acht Aktien hier vorzuweisen hat. Und ja, nochmal kurz auf die Vorteile, bevor wir dann in den Chart reingehen. Entsprechend, es gibt keine Performance-Gebühren oder Ähnliches, wie man es vielleicht von dem einen oder anderen Fonds kennt, sondern nur die reine Management-Gebühr von 149 Euro pro Jahr. Das Ganze ist sehr transparent investiert, wird nur Long, also nur Kaufpositionen ohne Hebel entsprechend. Und es wird natürlich nur in große Aktien investiert. In der Regel Blutschips aus dem Nasdaq 100 oder aus dem KI-Sektor. Und ja, es ist sehr, sehr einfach. Wir haben es den Kunden so einfach wie möglich gemacht. Also ein Klick pro Monat reicht entsprechend aus. Und dann übernehmen wir alles andere im Hintergrund. Das heißt, wir rechnen die Ordergrößen aus, die Positionsgrößen und aktualisieren dann entsprechend das Portfolio. Und das kann man sehr einfach auch über die Wettplattform oder auch über die FreeStocks-App überwachen. Ja, du hattest eingangs gesagt, man versucht immer preiswert zu kaufen und geht dann von einem Anstieg aus. Das ist dieses Buy Low, Sell High. Und übersetzt auf die Momentum-Strategie heißt es ja Buy High, Sell Higher, oder? Ganz genau. Buy High, Sell Higher ist genau dieses, was hier dahinter steckt und was sehr häufig besser funktioniert, als wenn man so ein bisschen ins fallende Messer greift. Das haben wir ja auch im letzten Jahr gesehen. Aktien, die sehr häufig schwach performt haben, die performen über Monate, Jahre sehr, sehr schwach. Im letzten Jahr haben wir häufig über eine Lucid gesprochen, über eine NIO oder auch über eine Paypal, die wirklich fast zwei Jahre in einem Abwärtstrend ist und jetzt vielleicht so langsam den Turnaround schafft. Und da wartet man, bis eine Aktie dann wirklich schon eine gewisse Strecke hingelegt hat. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach tendenziell höher, dass die Aktie auch zumindest in der näheren Zukunft in den nächsten ein, zwei Monaten weiterhin gut performt. Ja, das ist also wissenschaftlich fundiert und das, wie du sagtest, steht so der menschlichen Anleger Natur in Anführungsstrichen ein bisschen im Weg. Deswegen finde ich es so charmant, dass das auch automatisiert vollzogen wird und man da nicht mit Gefühlen rumexperimentieren muss. Genau, es gibt sehr, sehr klare Regeln, weil sehr häufig ist ja auch der Ausstieg nicht klar definiert. Viele Trader oder Investoren fokussieren sich nur auf den Einstieg, aber dann weiß man nicht so genau, wann soll man die Gewinne mitnehmen, wann soll man vielleicht auch mal einen Stopp nachziehen und dann hält man die Aktien vielleicht auch zu lange und findet schwierig dann auch entsprechend den Ausstieg. Und hier ist es einfach so, wenn es bessere Momentum-Aktien gibt, werden die anderen auch strikt geschlossen und verkauft. Da gibt es gar kein Überlegen oder Zweifeln, was man dann machen soll. Ja, und kein Zweifeln gibt es, dass die Nvidia da wieder mit dabei ist. Und damit lasst uns gleich mal starten mit den Boxen, die sind ja in beiden Boxen vorhanden. Deswegen muss man es nicht doppelt erzählen, aber den Chart auf alle Fälle uns genau anschauen. Das ist ja der Top-Performer im Nestlec im letzten Jahr auch gewesen. Die Nvidia und kann in diesem Jahr oder können in diesem Jahr erst mal weiter zulegen, jetzt in die Konsolidierung rein. Jetzt ist die große Frage, wird die anhalten? Ist die vielleicht auch schon wieder vorbei? Ja, die Aktie hat zuletzt Schwäche gezeigt, auch zu Beginn dieser Woche nochmal diese wichtige Unterstützung, weil ca. 850 Dollar getestet war. Intraday schon mal kurzzeitig darunter. Aber auf Tagesschlusskursbasis konnte dieses Niveau immer gehalten werden. Und in den letzten beiden Tagen hat sich schon wieder positiv tendiert entsprechen. Und von daher würde ich hier auch sagen, der Aufwärtstrend ist weiterhin ganz klar intakt, solange wir über der 850 Dollar Marke hier notieren und jetzt sogar hier auch den 20-Tage-Durchschnitt und die 900 Dollar Marke zurückerobert haben, ist der Weg eigentlich fast wieder frei Richtung Allzeithochs. Und dann vielleicht perspektivisch auch im zweiten Quartal zur runden Marke von 1000 Dollar. Da haben ja viele schon länger drauf gewartet, sowohl hier Anfang März als dann auch nochmal Ende März, als diese Marke ja schon mal bis auf wenige Punkte hier angelaufen worden ist. Vielleicht gelingt es dann im dritten Versuch. Ja, und da hat auch der CEO damals gesagt in einer Analystenkonferenz, dass man die Konkurrenzprodukte sogar verschenken könnte. Und trotzdem würden alle die Nvidia-Produkte kaufen. So überzeugt war er von den eigenen Produkten. Und wir hatten das schon so kommentiert, ah, vielleicht ein bisschen Höhenflug, der gute Herr. Aber letzten Endes schläft die Konkurrenz ja nicht und lässt sich nicht ins Abseits stellen. Denn Alphabet entwickelt jetzt auch einen Chip, der im Zusammenhang mit KI bestehen soll. Und Intel sowieso, einen Chip-Beschleuniger sogar. Der heißt übrigens Gaudi 3. Ja, ganz genau. Die Konkurrenz schläft nicht, aber Nvidia hatte da ganz klar auch noch einen Vorsprung in den letzten Monaten hier gehabt. Man war sehr früh mit dabei, weil man einfach auch die Erfahrungen hatte aus dem Grafikchip-Sektor und konnte da sehr, sehr schnell hochperformante KI-Chips herstellen und die entsprechend mit extrem hohen Margen hier auch verkaufen an den Markt. Also circa 70 Prozent Margen sind da wirklich eine Hausnummer. Die KI-Chips sind sehr, sehr teuer für Server. Ja, teilweise kosten diese Bausteine da, die man in diese Server-Racks einbauen kann. 25 Dollar, 25.000 Dollar, nicht 25 Dollar und mehr. Von daher die Margen sehr, sehr hoch. Die Konkurrenz versucht jetzt aufzuschließen, aber Nvidia versucht einfach jetzt den Vorteil, den man sich erarbeitet hat, auch weiter zu nutzen. Und ja, weiter auf der Welle des KI-Hypes hier zu reiten. Ja, und da kommen wir gleich mal zu denen, die Nvidia im Nacken sitzen. Und da ist zum Beispiel Micron Technology dabei, die ja auch ein Gemeinschaftsprojekt mit Nvidia begleitet, aber auch natürlich seit ganz, ganz vielen Jahren eigene Chips herstellt. Und die Aktie kennt vielleicht der eine oder die andere noch aus der Zeit der 2000-Wende. Also als wir da den Internet-Boom hatten, da war die Aktie nämlich auch schon heiß begehrt. Ja, ganz genau. Und sie hatte eine lange Durststrecke auch zu erleiden gehabt in den letzten Jahren 2022. Ein sehr schwieriges Jahr. Im letzten Jahr ist dann so der Turnaround gelungen. Und nach den letzten Quartalszahlen, die wir hier auch kommentiert hatten, in einem eigenen Format, ist die Aktie förmlich explodiert. Hier entsprechend sieht man über die 100-Dollar-Marke hinaus gegappt. Und seitdem, ja, kennt sie auch fast kein Halten mehr, das Jahreshoch hier bei 130 Dollar. Die Aktie kam etwas zurück in den Bereich von 120 Dollar. Und dort fand sich in dieser als auch in der letzten Woche hier schon reges Kaufinteresse. Von daher die Aktie wieder in einem Aufwärtsimpuls hier aktuell. Und ja, könnte vielleicht in Kürze hier auch neue Hochs ausbilden, die gleitenden Durchschnitte, relativ weit entfernt. Von daher, vielleicht dauert die Seitwärtskonsolidierung auch noch etwas länger, bis dann auch die gleitenden Durchschnitte hier nach und nach nachziehen. Ja, man hatte ja auch Angst nach dem Erdbeben in Taiwan, dass es hier zu Engpässen gibt. Aber da gab es eine Entwarnung. Also man kann trotzdem die ganzen Lieferwege einhalten und damit auch weiter die hohe Nachfrage bedienen. Die war ja viele Zeit oder kurz nach der Corona-Zeit zumindest ein bisschen zum Erliegen gekommen. Die Lager waren voll. Aber das baut sich jetzt ab und die Nachfrage übersteigt jetzt momentan das Angebot. Ja, und das ist sehr positiv, dass man jetzt auch wieder die Produktion hier hochfahren kann oder sogar muss, weil die Nachfrage sehr, sehr groß ist. Und man kann da jetzt auch wieder mit höheren Margen arbeiten, wie bei dem Abverkauf von den Lagerbeständen, wo man dann natürlich auch Preisnachlässe gewähren musste, um einfach seine Ware dann auch an den Mann zu bringen. Ja, und das betrifft auch Applied Materials. Das ist übrigens der größte Halbleiterausstatter in den USA. Und der wollte ja auch noch mal so ein paar Milliarden ausgeben. Ich glaube, vier waren es für Forschung und Entwicklung. Stellt das jetzt ein bisschen zurück, weil er sagt, vielleicht ist jetzt der aktuelle Schwung mit KI schon so weit gelaufen, dass man erst mal schauen muss, kommt da noch eine nächste Stufe? Gibt es eine Konsolidierung? Und sollte man vielleicht erst dann nachinvestieren? Ganz genau. Die Aktie ist ja auch schon seit Ende 2022 hier in einen Aufwärtstrend übergegangen. Auch im letzten Jahr konnten die Rücksetzer hier immer genutzt werden zu den gleitenden Durchschnitten, um in die Aktie einzusteigen. Und zu Beginn diesen Jahres hat man auch einen schönen Run hingelegt. Und jetzt konsolidiert man eigentlich schon seit mehr als einem Monat hier auf hohem Niveau, muss man sagen. Die 200-Dollar-Marke bildet hier einen wichtigen Unterstützungsbereich. Auf der Unterseite, auf der Oberseite, ist die Aktie aktuell gedeckelt bei ca. 214, 215 Dollar. Aber steht vielleicht kurz davor, nachdem diese Marke jetzt auch mehrmals hier als Widerstand fungiert hat, vielleicht den Ausbruch in naher Zukunft vollziehen zu können. Und auch da geht es tatsächlich in den USA um Subventionen. Im August 2022 hatte ja Joe Biden gesagt, dass der Staat mit einzahlt in ein Finanzierungsprogramm oder mit finanziert. Das hat einen Umfang von über 50 Milliarden. Und heißt Science Act. Und da soll es um Chips gehen. Und quasi die Zukunftsvisionen sollen da technisch umgesetzt werden. Und da sollte Applied Materials natürlich auch einen Happen von abbekommen. Und wenn das Ganze jetzt nicht so läuft politisch und vielleicht der Herr Biden gar kein neuer Präsident wieder wird, dann steht das natürlich alles in den Sternen. Also so ein bisschen politisch muss man bei den Chip-Werten auch drauf achten. Das auf jeden Fall. Da muss man dann Ende des Jahres auch genauer hinschauen, wenn die Wahlen im November in den USA anstehen. Weil danach kann sich die Politik durchaus ändern. Und damit natürlich auch die Voraussetzungen für die Chip-Industrie in den USA, die sicherlich eine der wichtigsten Sektoren auch darstellt für die US-Wirtschaft. Genau. Wir sind weiter in der Nasdaq-Box. Und da gibt es natürlich für die Chips auch die Chip-Maschinen. Also die werden auch benötigt. Sonst kann man die ja nicht herstellen. Und die liefert vorrangig ASML. Auch wenn das ein niederländisches multinationales Unternehmen ist, ist es in New York gelistet an der Nasdaq. Und da ist die aktuelle Konsolidierung auch nicht zu übersehen. Ja, in der Tat. Die Aktie hat ja auch sehr stark performt. Ende des letzten Jahres schon und dann auch zu Beginn dieses Jahres ist jetzt auch eine Seitwärtskonsolidierung übergegangen. Die 950-Dollar-Marke kristallisiert sich hier immer mehr als wichtigen Unterstützungsbereich heraus. Genauso wie der 50-Tage-Durchschnitt, der auf ähnlichem Niveau hier aktuell liegt. Und ja, ich denke, die Konsolidierung tut der Aktie durchaus gut. Und in Kürze könnte vielleicht hier auch ein neuer Anlauf Richtung Jahreshochs und damit auch zu den Allzeithochs anstehen. Weil die Aktie ist weiterhin in einem sehr, sehr stabilen, sehr, sehr starken Aufwärtstrend. Und da gibt es auch ein Politikum, nämlich die USA hat gefordert von ASML, dass man den Forderungen nachgeht, bestimmte Dinge nicht an China zu liefern. Und da stehen auch auf der Liste die Produkte, die ASML anbietet zur Chipproduktion. Und ja, da wird wahrscheinlich nachgegeben, weil der Markt in den USA aktuell noch wichtiger ist als der in China. Ja, in der Tat. Da muss man auch immer schauen, welche Restriktionen gibt es da entsprechend. Wohin darf man überhaupt exportieren? Wohin nicht? Und Sanktionen gegen China stehen ja auch immer im Raum, gerade von US-Seite. Und das kann natürlich dann auch eine ASML treffen, wenn man dem nachgibt und dann eher den USA folgt und entsprechend seine Maschinen dann nicht nach China entsprechend liefert. Genau. Also auch nochmal ein wichtiges Thema. Was aber grenzübergreifend funktioniert, ist die Cybersecurity-Branche. Crowdstrike ist hier einer der Vertreter. Jetzt sind wir in der Momentum-Aktienbox. Da ist ja ASML auch mit enthalten gewesen, also auch in beiden Boxen. Und Crowdstrike war ja einer der ganz großen Highflyer im ersten Quartal und kommt jetzt auch ein Stück weit zur Ruhe. Ganz genau. Crowdstrike ist sowohl eine KI-Aktie entsprechend als auch im Nasdaq 100 enthalten und in der entsprechenden Box. Und die Aktie war ja auch im letzten Jahr schon einer der Top-Performer entsprechend und hat zu Beginn diesen Jahres das Ganze nochmal getoppt, hat dann auch neue Allzeithochs ausgebildet, also die vorherigen Allzeithochs aus dem Jahr 2021, die bei ca. 300 Dollar gelegen haben, getoppt. Dann kann man nochmal zurückentsprechen in diesem Bereich, gerade nach den Quartalszahlen. Nach den jüngsten war die Aktie sehr, sehr volatil. Man hat ein neues Allzeithoch über 364 Dollar ausgebildet und seitdem kommt man hier zurück, aber handelt weiterhin auf hohem Niveau. Ich denke, solange man oberhalb der vorherigen Allzeithochs, das heißt über 300 Dollar hier notiert, ist der Aufwärtstrend noch ganz klar weiter intakt. Und gerade wenn der 50-Tage-Durchschnitt hier nochmal zurückerobert wird, also über 319 Dollar, wäre dann auch nochmal der Weg frei, vielleicht die Hochs hier nochmal anzulaufen. Ja, Hintergrund ist unter anderem für die Stärke, dass man auch die Partnerschaft mit Google, also mit Alphabet, ausbaut. Denn die Cyberangriffe, die sind im letzten Jahr um 75 Prozent global gestiegen und die Google Clouds und Multicloud, Multivendor Cloud, um was es alles für Begriffe gibt, werden ja von ganz vielen Unternehmen genutzt, um ihre Daten dort zu speichern. Und die sollen ja sicher sein. Ja, ganz genau. Das Thema wird immer wichtiger entsprechen. Von daher gute Voraussetzungen für CrowdStrike als auch für die Mitbewerber hier aus dem Cyber-Security-Sektor, dass auch die Nachfrage in den kommenden Monaten und Quartalen groß sein wird und sogar noch weiter ansteigen wird. Ja, die Nachfrage ist auch weiterhin groß nach Daten von anderen Menschen im Social Network. Und da ist einer der Vorreiter oder allgemein der Platzhirsch, muss man ja sagen, der ehemalige Facebook-Konzern der Meta-Plattforms heißt, weil viele Plattformen unter seinem Dach quasi betrieben werden. Also nicht nur Facebook, sondern auch WhatsApp oder auch Instagram. Ich glaube, wir haben sie alle in Benutzung, oder Roland? Ganz genau, da sind wir auch entsprechend zu finden. Sowohl ich persönlich als auch wir mit Tree Stocks und WH Self-Invest. Also gerne da auch mal vorbeischauen und uns folgen. Dann werden auch immer alle neuen Formate entsprechend dort gepostet. Die Aktie der Meta-Plattforms ist ein sehr stabiler Aufwärtstrend nach den letzten Quartalszahlen. Entsprechend hier Anfang Februar ist die Aktie auch noch mal explodiert, könnte man sagen, hat neue Allzeithochs ausgebildet und kürzt sich auch in der letzten Woche hier über 531 Dollar. Ein neues Hoch entsprechend. Ich denke, über 490 Dollar ist die Aktie hier auch weiterhin ganz klar auf der Oberseite zu favorisieren. Und der Aufwärtstrend könnte noch nicht beendet sein. Der ein oder andere Analyst prognostiziert hier auch 550 Dollar, 600 Dollar und mehr. Von daher ist da durchaus Potenzial gegeben. Wir wachten noch die nächsten Quartalszahlen ab. Und die könnten vielleicht noch mal als Katalysator oder als neuer Impulsgeber auch für die Aktie hier dienen. Und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, wird vernommen haben, dass Meta-Plattforms nicht in der Nest-Box, sondern in der KI-Box ist. Und das möchte ich aufklären, denn bisher laufen die Server, auf denen die Facebook-Algos und Instagram-Suchmaschinen und so weiter aufgespielte sind, auf Nvidia-Chips. Aber da möchte man sich unabhängiger machen und hat einen eigenen produziert, der soll bald ins Rennen gehen. Der heißt Artemis, wie, glaube ich, ist irgendein griechischer Gott oder so, wie Mark Zuckerberg draufgekommen ist, weiß ich leider nicht. Aber das macht unabhängig von Nvidia und könnte auch noch mal im Sektor KI für Furore sorgen. Ja, auf jeden Fall. Da hat man viel investiert, auch in den letzten Monaten und Quartalen. Zum einen der eigene Chip, aber man möchte natürlich auch die ganzen Datenaufbereitungen der ganzen personenbezogenen Nutzer entsprechend aufbereiten und nutzen, um insbesondere natürlich Werbung hier auszuspielen, weil das ist natürlich auch weiterhin eine der Haupteinnahmequellen der Meta-Plattforms. Und da hilft natürlich auch die KI-Technologie, um da einfach auch spezifisch diese Werbung zu steuern. Genau. Also wir bleiben da auf alle Fälle dran. Man muss nicht unbedingt ins Metaverse reingehen, sondern kann ja auch bedeuten, dass man da die Werbung aussteuert. Also Werbung aussteuern ist auch das weitere Thema, wenn man in den Datenuniversum sich aufhält. Und da ist die Nutanix einer der Aktien, die wir schon mal ausführlicher vorgestellt hatten bei dem KI-Momentum-Format. Und heute nur noch mal updaten, denn die läuft aktuell seitwärts. Ja, aktuell seitwärts war auch ein sehr, sehr starker Aufwärtstrend eigentlich seit Frühsommer des letzten Jahres. Jeder kleine Rücksetzer wurde hier entsprechend gekauft. Und jetzt konsolidiert die Aktie aktuell auf weiterhin sehr hohem Niveau. Man hat in der letzten Woche den 50-Tage-Durchschnitt hier seit langer, langer Zeit, seit Oktober des letzten Jahres noch mal getestet bei ca. 60 Dollar. Dort hat die Aktie wieder Kaufinteressenten hier gefunden. Man hat es nicht ganz geschafft zu den vorherigen Hochs bei 66,99 Dollar entsprechend. Aber der Aufwärtstrend ist auf jeden Fall ganz klar intakt, auch bei diesem KI-Unternehmen, das vielleicht etwas unbekannter ist, aber nichtsdestotrotz gute Arbeit in diesem Segment liefert. Und ja, in Kürze könnte vielleicht ja auch die 70-Dollar-Marke oder mehr anstehen. Und da gibt es insgesamt schon 25.000 Kunden bei der Firma, die halt ihre Apps auch in der Cloud entsprechend anordnen und ansteuern möchten. Das Ganze effizient, dass die sich auch miteinander vertragen. Wir kennen das ja von unseren heimischen Rechnern. Wenn man dann fünf, sechs verschiedene Software-Pakete aufgespielt hat, manches funktioniert da nicht. Ja, in der Tat muss man da schauen, dass das Ganze auch kompatibel ist. Da ist man sehr stark vertreten in diesem App-Bereich, hat wirklich viele, viele Entwickler, die hier für Nutanix arbeiten und die man auch abgeworben hat, teilweise von großen Konkurrenten. Von daher ein sehr interessantes Unternehmen. Da lohnt es sich auch, sich das mal etwas näher anzuschauen. Ja, da habe ich tatsächlich schon gesucht, bis der Arzt kommt. Apropos, Davida, die sind neu dabei. Das ist eine Healthcare-Company und die, auch aus den USA, ist ein Anbieter von Dialyse-Dienstleistungen für Patienten mit chronischen, akuten Nierenversagen. So weit ist es bei mir natürlich nicht gewesen. Aber je älter die Bevölkerung wird in den Industrieländern zumindest, desto mehr sind auch solche Dienstleistungen wichtig. Genau, und die Aktie kommt auch aus einer langen Seitwärtskonsolidierung heraus, ist aber auch in dem KI-Sektor entsprechend vertreten. Also KI bedeutet nicht nur Chips entsprechend, nicht nur Technologiewerte, sondern auch Gesundheitsunternehmen zum Beispiel. Da hatten wir auch schon andere Aktien aus diesem Sektor. Und die hat sehr, sehr gut performt, eigentlich seit Oktober des letzten Jahres, als man so fast einen kleinen Ausbruch auf der Unterseite hier hingelegt hat, seit dem schönen mittelfristigen Aufwärtstrend. Und jetzt konsolidiert man auch nach diesem sehr, sehr starken Run, in dem sich die Aktie ja wirklich circa verdoppelt hatte. Innerhalb von wenigen Monaten kommt man jetzt etwas zurück. Ich denke, eine wichtige Unterstützung liegt hier im Bereich von circa 127 Dollar. Und da muss die Aktie dann zeigen, ob dieser stabile Aufwärtstrend weiterhin intakt ist. Ich kann euch aktuell nicht hören, Andreas. Jetzt, ich hatte mich verschluckt. Deswegen, Entschuldigung. Die Aktie oder das Unternehmen, das hatte auch lange DOS-Strecken, war schon am Rande der Insolvenz, ist aber viele Jahre her. Und mittlerweile betreibt es in den USA mehr als 3000 Dialysezentren. Also das ist schon ein großer Player. Ja, ist schon ein sehr großer Player in den USA und natürlich hauptsächlich dort vertreten. Aber vielleicht wird man auch weiter expandieren entsprechend. Und ja, das ist immer weiter gewachsen. Die Zahlen, die Quartalszahlen waren auch sehr, sehr gut. Die letzten, die man aufgelegt hat. Von daher durchaus eher ein unbekanntes Unternehmen, das aber auch Potenzial hat, hier noch weitere Performance und gute Umsätze hinzulegen. Und wenn man ein Konkurrenzunternehmen, was im ähnlichen Bereich tätig ist, sucht, dann ist man bei Fresenius Medical Care übrigens an der richtigen Stelle. So viel noch dazu zur Einordnung. Tennis Healthcare Corp, ein weiteres Medizintechnik-Unternehmen, was die Gesundheitsdienstleistung verwaltet, aus Texas, USA heraus. Und auch das hatten wir schon mal ein bisschen näher vorgestellt. Das gibt es jetzt mittlerweile auch schon seit, ich glaube, 50 Jahren, 55 Jahren sogar. Ja, durchaus ein sehr etabliertes Unternehmen in diesem Sektor hier. Das ist jetzt auch schon etwas länger hier in der KI-Stockbox enthalten und auch in einem sehr stabilen Aufwärtstrend hier seit vier Monaten circa. Und man sieht kaum Rückseite. Das ist eine Aktie, die sehr trendstark ist. Man sieht, wenn sie einmal ins Laufen gekommen ist, sieht man hin und wieder mal einen negativen Tag. Aber die Rücksätze, da fallen alle nur sehr klein, nur sehr moderat aus. Und so hat man auch kürzlich hier neue Buchs ausgebildet. Über 107 Dollar kommt jetzt etwas zurück. Und ich denke, die psychologisch wichtige Marke bei 100 Dollar, die gilt es jetzt auch mal zu halten. Das hat man in den letzten Tagen schon gesehen, dass es in diesem Bereich Kaufinteresse gab. Und darüber ist auf jeden Fall dieser sehr, sehr starke Aufwärtstrend ganz klar intakt. Ja, und wer sich fragt, warum dort die KI zum Einsatz kommt, natürlich müssen die ganzen medizinischen Ergebnisse und Messungen ausgewertet werden. Und man kann am Ende auch in der Datenbank darauf zugreifen, multinational, was gibt es für Krankheitsverläufe, was hat am schnellsten angeschlagen bei der Heilung und wo gibt es vielleicht auch Kapazitäten, um Patienten oder eine Patientin von A nach B zu verlegen? Genau, auch in diesem Bereich wirklich viel Potenzial, hier gewisse Dinge zu optimieren, insbesondere die internen Prozesse, um da einfach Kosten einzustarken und viel effizienter zu werden. Von daher KI auch ein wichtiges Thema hier für diesen Sektor. Apropos Verlegen, ich war tatsächlich auch mal im Krankenhaus, das ist schon viele Jahre her und hatte mich über das schlechte Essen moniert und hätte mir gewünscht, es hätte sowas wie Dordash gegeben. Die Aktie ist in den Nestec 100 Momentum Aktien vertreten, ein Essenslieferant, der größte in den USA übrigens, der hier für Furore sorgt, weil nämlich auch da die Effizienzen immer weiter vorangetrieben werden müssen, um in der Profitabilitätsspur zu bleiben. Genau, das ist eine Aktie, die auch nicht auf Allzeithochs quotiert. Man sieht die Lagen hier deutlich über der 250-Dollar-Marke. Kürzlich haben wir die Aktie auch mal näher analysiert. Die Aktie ist auch nach einer langen Durststrecke hier, einem Abwärtstrend und einer Seitwärtskonsolidierung, dann Mitte letzten Jahres in den Aufwärtstrend übergegangen und seitdem wirklich sehr stabil hier in einem schönen, auch mit einem schönen Momentum auf der Oberseite entsprechend. Rücksetzer konnten immer wieder genutzt werden, in die Aktie einzusteigen. Jetzt konsolidiert man aktuell auch auf sehr hohem Niveau, hier im Bereich von 135 bis 143 Dollar circa. Aber man sieht, selbst dieser Rücksetzer, den wir jetzt in den letzten zwei Wochen gesehen haben, hat es nicht mal zum 50-Tage-Durchschnitt geschafft. Von daher weiterhin reges Kaufinteresse vorhanden in dieser Aktie. Und von daher gehört sie jetzt oder ist sie jetzt auch neu hinzugekommen hier in die Nasdaq-Momentum-Box, weil sie jetzt einfach zu den acht stärksten Aktien aus dem Nasdaq 100 auf Basis der letzten drei Monate gehört. In Deutschland übrigens noch nicht vertreten. Es gab mal Stellenausschreibungen für die großen Städte Hamburg und Berlin, aber die wurden am Ende dann doch nicht eingestellt, weil dort sagt, wir bleiben erst mal im amerikanischen Markt. Da ist viel zu holen und Expansion ist ja auch immer teuer. Genau, Expansion ist teuer. Und dann schaut man erst mal, dass man effizient im Heimatmarkt performt und da ein stabiles Umsatzwachstum und dann entsprechend auch irgendwann die Gewinne schreibt. Weil das ist häufig ein großes Thema, woran es dann mangelt. Und dann macht es durchaus Sinn, die Expansionspläne vielleicht etwas weiter in die Zukunft zu verlagern. Ja, ein Umsatz von rund neun Milliarden Dollar schafft trotzdem das Unternehmen von drei Studenten gegründet. Als, wie hieß es damals noch so schön, Little Enterprise oder Small Enterprise. Ja, Studenten haben ja auch immer mal Hunger, ganz klar. Also wir bleiben auch da dran und kommen letzten Endes zu zwei Energiewerten noch, beziehungsweise Camper können wir noch mit reinnehmen. Genau, hatte ich fast unterschlagen. Da geht es um Versicherungen, Lebensversicherung, Autoversicherung, also nicht um den Camper mit C aus Deutschland. Ganz genau, das ist auch ein Thema. KI würde auch nicht jeder im Versicherungssektor hier sehen. Aber das ist auch ein Unternehmen, das versucht natürlich dort, ja, die KI-Technologie zu nutzen, um letztendlich auch effizienter zu werden und auch Daten auszuwerten, aufzubereiten und dann entsprechend seinen Kunden auch die Produkte anbieten zu können. Die Aktie hatte auch einen schönen Run von November des letzten Jahres dann bis in die jüngste Vergangenheit. Kommt jetzt etwas zurück. Ich denke, man testet aktuell oder steht kurz davor hier auch ein sehr signifikantes Unterstützungsniveau bei ca. 52,5 bis 54 Dollar zu testen. Und ja, dort entscheidet sich dann auch, ob die Aktie weiterhin in dem schönen Aufwärtstrend bleibt oder ob es vielleicht hier doch erstmal weiter in eine Konsolidierung übergeht. Aber aktuell die Aktie noch einer der stärksten Aktien aus dem KI-Basket, den wir hier zugrunde legen. Also es sind ja ca. 60 Aktien, aus der wir hier ca. jeden Monat die 8 Aktien dann herausfiltern. Und ja, bis dato noch eine der stärksten Werte aus dem entsprechenden Sektor. Ja, ich habe da auch viel Fantasie mit. Also es gibt ja z.B. Versicherungsvergleichsplattformen, eine Check24 ohne Werbung zu machen als Beispiel. Jetzt und wenn man mal einen Versicherungsfall hat, dann fragt man natürlich als Erster seinen Versicherungsvertreter, wie lange dauert die Regulierung, wie hoch ist die Schadenshöhe ungefähr. Und wenn der dann auf eine Datenbank zugreifen kann mit statistischen Werten, das ist doch Gold wert. Ja, auf jeden Fall. Dann kann die Regulierung viel, viel schneller gehen, wenn man da einfach die Daten auch alle bündelt und entsprechend aufbereitet und analysiert und dann einfach vielleicht mit wenigen Klicks dann schon auf das entsprechende Ergebnis kommt. Genau, bündeln ist auch das Thema bei Energie, Constellation Energy. Das Unternehmen, das versorgt rund 2 Millionen Kunden mit Strom, auch mit natural gas, elektrischer Leistung in den USA. Und auch hier gibt es natürlich Stoßzeiten. Also wenn ich in Deutschland z.B. sehe, wie viele Elektroautos dann quasi nach Feierabend in der Zeit von 18 bis 22 geladen werden, da ist ein ganz anderer Energieanspruch als z.B. nachts zwischen 3 und 4 Uhr. Ja, das auf jeden Fall. Die Aktie hier auch in einem stabilen, sehr starken Aufwärtstrend und ist hier wirklich Ende Februar, Anfang März, sehr steil gegangen, könnte man sagen. Jetzt konsolidiert sie über der 184-Dollar-Marke. Das ist eine wichtige und kurzfristige Unterstützung und dann könnte vielleicht in Kürze auch die psychologisch wichtige Marke von 200 Dollar hier rausgenommen werden. Also ein sehr, sehr starker Wert hier, der im Nestec 100 enthalten ist. Dacht, würde auch nicht jeder die Aktie verordnen. Aber sie gehört hier auch zu den Technologiewerten, genauso wie die zweite Energieaktie im Bunde, die Diamondback Energy. Und da sieht es ähnlich aus, nicht ganz so stark wie die Constellation Energy Aktie. Aber seit die wichtige Widerstandszone bei ca. 170 Dollar hier nach oben gebrochen worden ist, kennt die Aktie auch kein Halten mehr. Hat zwischenzeitlich auch die Hürde von 200 Dollar hier genommen und kürzlich auch neue Hürde bei ca. 209 Dollar ausgebildet. Da werden über 8000 Öl- und Gaslagerstätten betrieben und auch in Richtung Kohlenwasserstoff geforscht und quasi die Zukunft vorangetrieben. Eine Dividende gibt es auch quartalsweise. Also insofern ist man auch mit einem Wert, der eigentlich als sehr konservativen gilt, in so einer Box mal vertreten. Ja, ganz genau. Eher ein konservativer Wert, aber mit einer sehr, sehr guten Performance. Gehört zu den Top-Performern aus dem Nestec 100, würde nicht jeder erwarten. Von daher lohnt es sich auch mal, solche Werte vielleicht sich näher anzuschauen. Vielleicht noch ein Wortwitz am Ende der Sendung. Da haben wir sie wieder, die FANG-Aktien. Jetzt hast du es weggemacht. Das ist nämlich das Kürzel von Diamondback Energy. FANG ist in der Tat das Kürzel von Diamondback Energy. Auch sehr interessant, ja. Ja, und wenn es Fragen oder Feedback gibt, da sind wir jederzeit bereit dafür und beantworten die auch, beziehungsweise eher du. Ich bin ja der, der hier immer die dummen Fragen stellt und das Ganze aufzeichnet. Wir freuen uns drauf. Und du kannst gerne noch mal vorlesen, info at freestalks.com. Ich habe es schon getan. Genau, es gibt keine dummen Fragen. Von daher gerne melden per E-Mail, per Telefon oder per Chat. Wir sind börsentäglich von 8 bis 22 Uhr erreichbar. Ja, lassen Sie uns noch mal gerne in die Frontale gehen. Und Dankeschön sagen für das Zuhören für die Zeit. Und ich hoffe, da hat jeder die ein oder andere Inspiration mitgenommen und ist dann auch zum nächsten Monatsabschluss hier wieder bei diesem Format dabei. Ja, vielen Dank für das rege Interesse. Wenn es Fragen gibt, einfach melden. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Und zwischenzeitlich sicherlich auch mit anderen Formaten, zum Beispiel am Montag schon mit dem Wochenausblick. So machen wir das. Dankeschön, Roland Jägen. Und schon mal ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.